Kiel IT Press. Wir sind jetzt hier weggefahren von der Krautinsel und die hier haben ein schönes, großes, eine Yacht. Ja, so groß ist ja auch nicht, aber hier für den Kiel ist das ganz okay. Aber die haben eine Sache haben sie nicht und zwar können sie nicht auf die Insel rüber, weil unten der Kiel ist und durch den Kiel kann man nicht zu nah an die Insel ran. Jetzt wird sie da oben eingesperrt rumsetzen und dann hat es oben auch noch so eine komische Form, dass man sich die Lichterlänge nach hinlegen kann. Da könnte man sich hier zum Beispiel hinlegen. Oh, da hinten auch. Oh, ich baue die Liege hier auf. Das haben sie eigentlich nicht, obwohl es so viel Geld kostet und alles. Die fahren jetzt alle schon heim, obwohl jetzt eigentlich erst halb acht ist, aber jetzt geht ja die Sonne schneller unter. Gestern waren wir wagen um neun Uhr draußen, oder? Ja. 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 Ja.